Kann ich einem Balkenmeer auch an schrägen Flächen benutzen? Einem Balkenmeer kann man perfekt an schrägen Flächen benutzen. Wildes Gras, stämmige Kräuter und Büsche wachsen nicht nur auf ebenen Flächen. Gerade auf unebenen Flächen wuchert langes Gras sowie andere unerwünschte Pflanzen, die man im Garten entfernen möchte. Hierzu benötigt man eine starke Maschine, um Gewächse im Garten zu entfernen. Rasenmeer und schräge Flächen Mit einem normalen Rasenmäher wird man starkem Unkraut und Gewächsen auf unebenem Gelände nicht mehr gerecht. Hier sollte man auf einen leistungsstarken Rasenmäher zurückgreifen. Ein Balkenmäher ist eine Gartenmaschine zum Mähen auf unebenem Gelände. Er verfügt über einen starken Motor und scharfe Messer, mit denen man auch schrägen Flächen mähen kann. Das hervorstechendste Merkmal dieses kräftigen Rasenmähers ist der große Mähbalken. Er wird von vielen Herstellern, die sich auf Vertrieb und Produktion von Rasenmähern und Gartengeräten spezialisiert haben, angeboten. Insbesondere um langes Gras auf schrägen Flächen zu mähen oder grobes Unkraut im Garten zu entfernen, ist dieser Gartenmäher ideal. Bei vielen dieser großen Rasenmäher für schräge Flächen kann man das Mähwerk abkoppeln. Auch kann man die Maschine auf diese Weise mit anderen Komponenten bestücken. Für weitere Informationen sehen Sie auf www.balkenmäher.org oder klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.